Ich habe im Deutschen Bundestag den Bundeswirtschaftsminister aufgefordert, dass wir Maßnahmen treffen müssen, um die deutsche Wirtschaft von Bürokratie zu entlasten und nicht immer neue Bürokratie auf unseren Mittelstand und auf unsere Wirtschaft zukommen zu lassen. Der Bundeswirtschaftsminister hat daraufhin jetzt einen Gesetzentwurf ins Kabinett eingebracht, wo konkrete Vorschläge gemacht werden, wie Bürokratie abgebaut werden kann und neue verhindert werden kann. Die zentrale Vorschrift ist, wenn mit einem Gesetz neue Bürokratie kommt, muss an einer anderen Stelle im gleichen Ressort Bürokratie abgebaut werden. Mit dem neuen deutschen Begriff One-In-One-Out, also neue Bürokratie, muss alte abgebaut werden, hoffe ich doch, dass wir für die deutsche Wirtschaft hier etwas erreichen können. Wir haben noch manches zu tun, um die Bürokratie zu reduzieren. Das ist aber schon einmal ein ganz entscheidender Schritt. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.